Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei Star-to-Valley. Ich bin ja ein Level-up. Ding-ching sag ich nur. Oh, okay, okay. Ich kann jetzt hier über, ich kann jetzt hier entscheiden. Mien-Arbeiter Stufe 5. Also hier steht ein Erz pro Vene. Oder ich weiß nicht, was eine Vene hier darstellen soll. Oder mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Was ist besser? Plus ein Erz pro Vene oder den Geologen? Edelsteine dann. Sag mich eh, wie viel Kupfer und Eisenbahnen wollen wir haben, bevor wir sagen, wir fangen das Verkaufen an? Das ist echt eine gute Frage. Ich würde dann eher den Geologen machen, oder? Ja, denke ich mal. Weil ich glaube, so viele werden wir das echt gar nicht brauchen dann. Ach du Scheiße. Irgendwann können wir es verkaufen, denke ich. Ach du Scheiße, das Zeug hat ja super viel gebracht. Ja, moin, jetzt sind wir reich. So, ich bin ja heute zu Hause, habe ich gesagt. Du bleibst zu Hause? Jo. Warum hast du gerade ins Bett gemacht? Ich verkaufe, ich verkaufe Hütte. Okay, Stups. Komm zu altem, altem, altem Haus. Stups, bring Münze. Hut, Maus. In der Sprache. Okay, wir haben gerade 500 bekommen. Hallo Pieper, es ist lang her, seit ich die Wende gehört habe. Mein Schatz, hier ist... Okay. Mama, Pärz, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld da. Okay. Gibst du mir meine, meine, meine Metalle? Ich will, ich will. Achso, ja, ich link sie hier rein. Ich frage mich bei diesem Deutsch, was ist an dem so toll? Okay, der ist super schnell. Ja, du spackst bei mir gerade voll ab. Ja, ja, ich... Ach, der hat noch eine Special-Attacke. Der kann parieren und der kann so einen Dreierschlag machen. Siehst du das? Ich sehe das nicht so ganz bei deiner Animation. Du vibrierst mit mir hauptsächlich nur. Ja, 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 das ist auch wirklich so. Also. Okay. So. Ah! Ich werde ihn mal unten probieren, weil der hat plus 50 kritische Kraft und 5 Gewicht. Ich weiß nicht, was 5 Gewicht hier ist. Weiß ich, ob es jetzt negativ oder positiv gemeint ist. Ja, eben. Ich würde es eher positiv sehen, tatsächlich. Achso, genau, was ich noch machen wollte. What I want to do now. Den Schleim, wollen wir den verkaufen? Ah, ja, ja, können wir. Also beim Kupfer und so, bei den Barren, entscheide einfach dann, wenn du was verkaufen willst. Ich habe alles reingelegt, was ich habe. Sehr gut. Genau. Ich habe nochmal neue... Also die... Ich habe nochmal... ...neue Sachen gemacht. Ich habe ziemlich viel Kupfer jetzt dafür verwendet, ne? Also nicht wundern. Oh, passt schon. Ähm... Hast du neue Öfen? Genau. Zwei neue Öfen. Upsi. Übrigens, die Schwerter und so, die kannst du dir nehmen. Die brauche ich nicht mehr. Ja, aber... Brauche ich ja hier oben auch nicht wirklich. Ja gut, stimmt auch wieder. Das greift uns ja hier oben nichts an. Lärft es mir da Arbeit, da ohne? Oh, du hast noch nicht das ganze Feld bewässert, oder? Doch. Die Bohnen. Oh, die Bohnen. Ja, die Bohnen habe ich vergessen. Ei, ei, ei. Ei, 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 Nico. Shame on you. So. Aber weißt du was? Dann mache ich das heute. Das wäre supi. Ich bin ja da. So. Mal ein bisschen mehr. Ich habe hier unten auch zweimal wildes Haar. Was brauchst du eigentlich für die Bewässerung? Weiß ich jetzt gar nicht. Einen Eisenbahn habe ich gebraucht, aber das Ding ist leider nicht so geil. Ja, cool, aber... Vier Stück, so... Keine Ahnung, da sind wir mit der verbesserten Gießkanne wahrscheinlich besser dran. Meinst du? Aber da müssen wir halt nichts tun, ne? Ja, was? Ja. Gut, wie... Ich meine, du kannst... Ich gucke jetzt mal schnell. Ich könnte das Feld natürlich so anlegen, dass das dann... Also ich meine, du könntest das ja so machen, dass du, ähm... Dass du... Ja, wie soll ich sagen? Du machst, ähm... Immer so vier drumherum und wenn wir danach die verbesserten haben, dann... Verkaufen wir die alten, ne? Ich brauche einen Kupferbarren und einen Eisenbahn. Einen Kupferbarren? Für einen. Also wir haben mehr als genug jetzt. Äh, ja, wenn du mich dran bist... Ich würde mal... Ich würde mal... Ich würde mal vier Stück bauen. Mach das mal. Wir haben ja genug. Also... Schlimmstenfalls gehe ich nochmal in die Höhle, ne? Und dann können wir da drumherum sehen, immer. Ja. Ja, ich würde vielleicht ein neues Feld öffnen, oder? Weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht. Ja, ja, würde ich eben auch. Also ein komplett neues halt dann. Ja. Oder du nutzt das, was du da hinten für die Bäume erstmal gemacht hast. Aber im Moment haben wir ja keine. Wobei du... Ja, wir könnten fast wieder welche kaufen. Äh, erst die Küche. Äh, äh, ja, stimmt. Was wollten wir machen? Sollte ich vielleicht nicht... Ne, ich geh heute nicht in die Höhle. Nein, nein. Weil ich hab jetzt gedacht, weil wenn ich jetzt in die Höhle gehe, dann könnte ich nämlich, ähm, Kristalle wieder mitbringen, weißt du? Damit wir die, äh, 10.000 voll haben. Und so. Ich hab's heute... Also ich hab heute Bohnen geerntet. Wir werden ganz, 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 ganz sicher. Die 10.000 reichen. Hast du, hast du schon was abgegeben? Ja. Den Schleim könntest du, wie gesagt, auch noch verkaufen. Ja. Mal hier unser Feld für die Sprinklersch noch fertig, weil ich kauf dann nämlich auch ein paar Samen und nutze das gleich aus. Okay, ich werde mal mit, äh, Robin kurz schleppen und fragen. How much is the fish? How much is the fish? How much is the fish? 450 Stück Holz und 10.000 G. Ach, okay. Also das sollte dann noch reichen. Ich habe einen Kiva-Zapfen bekommen von einem Eichelhörnchen. Ich hoffe, wir haben noch 450 Holz. Ich habe den Sprinkler falsch gesetzt. Da macht der und da macht dann der. Das heißt, der kann... Nein. Haben wir nur 450 Holz? Ich denke mal, ich war da ganz fleischig, was Holz angeht. Ja, ja, ja. So. Oh, dann. Jo. Na, ich. Läuft der Lachs. Wenn du da noch mal ein bisschen Saat hast, dann läuft das. Hm, hole ich jetzt. Oh, aber wir müssten dafür... Moment. Ähm. Ich muss dafür die Krähe umsetzen. Sonst haben wir gleich kein Saat mehr. Hm. Während das hier sich gleich macht... Okay, ich kann eh nur noch drei Eisenbahnen machen. Hm, würde ich ganz kurz zur Gilde gehen und mal gucken, was die so zu verscherbeln haben. Ähm, als Schutz nochmal. Weil ich bekomme zwar ein bisschen Schutz, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Okay. Auch wenn ich gerade auflevel, aber hey. Ich bin gleich wieder da. Ah, da hat er wieder Geld ausgegeben. Ja, ich habe die Geoden aufgebrochen. Das kostet immer ein bisschen. Ja, was haben wir bekommen? Irgendwas Gutes? Ja, für das Museum haben wir vier Stücke bekommen. Krass. Also, das war schöne Ausbreite. Krass. Nikoid. Dann Schiefer. Dann einen Ozeanstein. Krass. Und noch was. Und eine Belohnung. Darf ich mir auch gleich mitnehmen. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Bumm. Naja, okay. Ein Bild fürs Häuschen. Oh. Templer-Klinge. Achtung. Oh, ich kann die Kampfstiefel. Sehr gut. Templer-Klinge? Ja. Die macht einfach 22 bis 29 Schaden. Kostet aber 4.000. Aquamarine. Kritisch. Waffengenauigkeit. Erhöhten kritisch. Nein, der Laden hat schon zu. Oh. Kampfstiefel. Ja, wenn ich Saat braule, bin ich am richtigen Ort. Stell dich hin und deine Tegedow, Eierkopf. Ah, hat der schon zu, oder? 18 Uhr wahrscheinlich. Äh, ja. Gerade. Ach. Okay. So, ja. Ähm, ja, ich komm wieder heim, ne? Ja, gut, aber das mit der Saat machen wir dann morgen in Ruhe. Ja, ich konnte jetzt nicht mehr kaufen. Ja. Verspähe ich. Ich hoffe, Robin hat morgen nicht zu. Das weiß ich nicht. Weil die war, glaub ich, letzten Dienstag nämlich nicht da. Weil sie ja beim Aerobic war. Ja, stimmt. Der Aerobic-Tag. Mhm. Aber ich hack noch ein bisschen Holz. Ja, mach das mal. Ich geh trotzdem rüber, natürlich. Oh, wir sollten noch den Blumenkohl irgendwo hinziehen. Okay. Hack du mal, ne? So. Ich brauch mal ne Ausrüstung. Weißt du, was brauch ich denn für eine Droh? Was brauch ich erstmal hier für den Ring? Ach du meine Güte. Zehn Eisenbarren, 25 Kohle und zehn getrockne, äh, gefrorene Tränen. Boah. Durchflute den Träger gelegentlich mit Kriegerenergie, nachdem ein Monster erlegt wurde. Okay. Was das auch immer sein wird. Wenn wir eines Tages genug haben, dann weißt du Bescheid. Was ist jetzt mit dem Schleim? Soll ich den verscherbeln? Ach so, ja, den kannst du verscherbeln. Den brauch ich jetzt nicht mehr. Ich leg gleich was anderes rein. Mal schauen, wie viel das bringt. Ich hab jetzt gerade mal was gemacht. Was reingelegt. Ähm, ich würde gerne eine Truhe für mich mal machen. Ich nehm mich für Bruntersviel das Holz. Und ich würde gerne meine Ausrüstungsgegenstände einfach mal Rimmel platzieren. Hier die ganzen Schwerter und so, oder? Jaja, weil das stattdauert. Ich denke, wir werden das jetzt dann eh bald alles eher so... Was? Mehr ordnen. Ja. Ja, ich hab halt... Ja, Six and Der ist schon gar nicht mehr so viel drin. Eben. Ja, weil ich hab halt echt viel Zeug da. Da ist ja nur noch hauptsächlich Baumaterial sogar drin. Ja, eben. Ich hab halt drei Schwerter, vier Schwerter, ein Dolch, eine Angel. Ja gut, man hat halt so seine Kleinigkeiten dann halt. Ja, ne, für Ausrüstungsgegenstände ist... Wir haben auch eine leere Kiste, die ganz rechte. Die ist komplett leer halt, gell? Ah, ja, okay. Ja, ich hab jetzt die einfach beim ganz Haus reingetragen. Die werden wir schon irgendwann brauchen. Da packe ich dir ja eh deine Sachen rein, die du gebrauchen könntest. Okay. Du hast gesagt, wir bekommen morgen genügend Geld, ja? Ja. Dann lege ich mir schlafen. Ich bin schon bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Warte, ich hab noch was Schönes. Mhm. Mhm. Oh, wundervoll. Sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Oh, nein. So wenig für Bohnen. Okay, anderes noch. Boah, Glück. Pfuh. Der Schleim. Ja. Hätten wir den nicht verkauft, ey. Dann würden wir da sitzen. Kikiriki. Aikiriki. Ähm, hallo. Morgen treffen wir einen jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz tag nehmen. Okay. Ah, hier. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Oh, Nico. Ich geh mal, ich geh mal zur Hausarbeiter. Hast du noch diese Quest mit dem Blumenkohl? Ja. Willst du sie abgeben, dann lege ich dir den Blumenkohl in die Kiste. Äh, leg mir den Blumenkohl in die Kiste. Gell, hab ich da? Ich weiß noch nicht, wen ich das abnehmen muss. Äh, Jodie ist bitte genau hier. Jodie muss ich das belegen. Und sagt ja niemand, dass da irgendwas stattfindet hier. So, und kapp's wieder mal. Ich warte jetzt vor Robin ins Haus und ich lasse sie nicht raus, ehe sie uns das neue Ding baut. Ah, man kann die Bäume schütteln hier, stimmt. Dann kann auch mal was runterfallen, stimmt. Ich vergesse das immer. Ich leg dir den Blumenkohl in die ganz rechte, die wohl leer ist. Ja. Ich geh nochmal ein bisschen in die Stadt, kurz bevor ich beantrage. Ah, ich könnte den Blumenkohl gerade abholen, stimmt. Kannst du den abgeben? Hm, bei Jodie. Und was das bringt? Wenn wir sehen. Am Ende nur so hier, Bussi aufs Bauch, hi, tschüss. Ja toll, danke, tschüss. Das ist ja sehr sinnvoll. Ich brauch fünf, glaub ich, oder was war das? Oder einen? Ich brauch nur einen, ich hab jetzt nur einen. Vielleicht kocht sie ja für uns, das wär ja das Ding. Und bringt uns ein Rezept bei. Ja, stimmt. Geil, Allah. Danke, tschüss. Ich such Jodie. Und ich geh jetzt erstmal zu Robin. Wer die geht. Wer die geht. Zum Aerobic. Und rasch dich aus. Oh, warte mal. Wo ist, wie heißt das? Ne, das war die Maru. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wo ist Jodie? Boah, keine Ahnung. Das ist nicht die, das ist der. Kannst du ja nicht auf der Landkarte gucken, Jodys Haus oder oder bei der Personenauswahl oder so? George. Wo ist das Bürgermeister? Ah, die ist ganz unten links. Okay, mal gucken. Vielleicht. Nein, du bist Vincent. Genau. Du bist nicht Jodie, du bist ja Jas. Da müsste Jodie sein. Jo, Sport ist wichtig und gesund zu bleiben. Ich nehme dafür. Wie kann ich ihr das geben? Ah. Den Blumenkohl in die Hand nehmen. Oh, der sieht lecker aus. Danke, genau das habe ich gebraucht. Absolut perfekt für mein gelbes Curry. Handbuch aktualisiert. Ah, 350 Appes. Okay. Naja, immerhin. Vielleicht tanzt ja Jodie dann mit mir. Wissen wir ja nicht. Die geht zum Joggen, die Olle. Der Monat hat immer 30 Tage in dem Spiel, gell? Ja. 31 oder 30 oder so. Oder 28. Boah, das ist mir zu knapp. Guck mal draußen lieber auf den Plan. Ich weiß es nämlich nicht. Also vier Tage auf jeden Fall. 27. Das ist... Sicher? 10.000 brauchst du, gell? Äh... 10.000, ja. Puh. Ist für heute geschlossen. Ja, toll. Danke. Tschüss. Danke für nichts. Ich gehe jetzt in die Höhle. Boah. 28 hat jeder Monat. Okay, perfekt. Dann wachsen mir genau noch einmal die Pastinaken. Sehr gut. Pastinaken. Ich gehe runter. Tschüss. Auf Wieder schausen. Ich gehe ganz runter. Ich hätte eine Angle mitnehmen sollen. Ach, du schaust. Okay, das dumme Ding bringt ja gar nichts, Allah. Da kann ich ja... Kann ich ja auch nix wählen. Okay, dieser Dolch bringt halt echt gerade nix. Vielleicht in Verbindung mit was anderem. Na komm. Sterb einfach weg. Danke. Schluss. Der Weg nach unten hat sich geöffnet. Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, hier ist noch ein Gegner. So. Auf meinem Waldschrat mache ich die... Leuz hier tot. Na, kommt her. Sehr gut. Fledermausflügel sind immer gut. Ich komme mit sehr viel Zeug wieder. Hm. Das dachte ich mir schon. Oh, ich finde ziemlich viele Winterwurzeln. Oh, die kann ich sogar essen. Sehr sexy. Ich bringe auch gleich Quarz mit. Nicht zufällig ein Feuerquarz. Leider nicht. Noch nicht. Ich glaube, dafür muss ich tiefer. Also, vielleicht schaffe ich es ja noch tiefer heute. Wer weiß. Jetzt heißt es suchen nach dem Gang runter. Ich hoffe, ich finde mal so viel Zeug, dass ich gar kein Problem... Oh, jawohl. Oh, jawohl. Der Weg runter, dass ich... Dass ich mir mal echt diesen Ring machen kann. Keine Ahnung, für was der gut ist. Aber es würde mich einfach mal so rein menschlich interessieren. Na komm. So, zwei Fledermäuse. Zwei Fledermausflügel eher. Ich suche dich für den Weg runter. Ach, ich sollte mir mal angucken, was ich für die Bomben brauche. Ich mach mir mal eine Bombe. Verkehrsspömble. Richtig. Weil da muss ich manchmal nicht so lange suchen, weißt du. Auch wenn es Kupfer kostet. Aber hey. Ich hab da ohne nicht ziemlich viel davon. So, jetzt lass mal sprengen, Alter. Eng. Ja, toll. Den großen hat es mich zerstört. Das ist echt kacke gewesen, Alter. So. 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 Nein. Nein. It's a long way, Nico. It's a... Ah, jetzt hab ich... Also ich hab alles abgeholzt. Es ist kein großer Baum mehr da. Krass. Ja, und da... Da denkst du noch an Naturschutz, ja? Ich hab schon wieder einige, einige Bäume gepflanzt, gell? Okay. So, komm. Kann man... Gemischte. Kann man irgendwo Waffen verkaufen? Kann man bestimmt auch einfach in die Box legen, oder? Nee. Hm? Nee. Aber ich würd gern so ein paar alte Sachen verkaufen. Ach, vielleicht bei der Gilde oder so. Oder halt in einem... Ja. Ja, das kann sein. In irgendeinem Shop halt, genau. Ja, weil ich meine dieses... Dieser Dold hier... Der könnte super viel bringen. Der könnte echt viel bringen. Ach, Mann. Jawohl. Klingel-Ding-Dong. Okay, hier hab ich noch ne Fledermaus, die ich besiegen kann. Stirb! Oh fuck, oh fuck. Geh weg, du Blob, alter. Danke. Nee. Nee. Oh ja. Gefrochene Geode. Da gibt's immer schöne Sachen, hab ich ihm sagen lassen, von Nico. Hm. Die können wir dann eintauschen. Oh, ich find aber jetzt mittlerweile auch wieder ganz gut Eisen. Noch mehr als davor. Also ich meine durch... Also... Durch draufhauen auf irgendwelche Gegenstände. Auf irgendwelche Steine, meine ich. Das ist schon stark, was man jetzt so bekommt. Ein Weg noch nach unten, dann ist okay. Wie benutze ich denn einen Köder? Lässt du dich schon eher anweisen, musst du erst in eine Angel ange... Noch einen gebrochen. Da muss in einer Angel angebracht werden. Ich hab ja nur so eine Pampusstange. Liegt's vielleicht da dran? Das kann sein. Vielleicht müsst du dir eine Angel kaufen. Ja. Ich hab schon mal geschaut, aber... Der Typ hat nur Fischsuppe und die Bambusstange. Okay, komisch. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Ich guck mal, ob ich diesen blöden Dolch da verkaufen kann. Der bringt ja echt nix. Oh, der bringt 450 irgendwie alles weg. Ist doch okay. Ja, für Stufe 9 ist das recht wenig. Aber ich nehm beim nächsten Mal meine ganzen Waffen mal mit. Die wir nicht brauchen. Und ja. Ein Häfchen. Ein kleines Häfchen. Oh, morgen ist ja das Fest. Morgen ist das Fest, Nico. Mhm. Mhm. Da können wir nämlich die Dioden nicht eintauschen. Da machen wir es halt am Tag drauf. Okay, okay. Wo bist du denn gerade? Ich komm grad zurück. Ich war angeln. Ach, der feine Herr war angeln. So, so. Hm, das ist nix. Ich werfte die Dioden wieder rechts rein. Yes. Tag. Ich hab wieder was zu verkaufen. Nur mein Essen nicht. Ich hab ein paar bisschen was zu essen. Und das dann. Moin. Moin. Ach, guck mal. Der bringt da was mit. Der junge Mann hier. Wär gut. Wär gut. Einmal Katze kraulen. Ich bin bereit. Zum Schlafen gehen. Tja. Ich würde morgen nochmal kurz gucken, ob Robin da ist, damit sie das Haus zumindest erweitern kann, weißt du? Mhm. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh yeah. Danke fürs Zuschauen. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 Vielen Dank.